Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Phasmophobia Video. Tolle Neuigkeiten, im letzten Stream hatten wir sogar darüber noch gesprochen. Der neue Trailer zum kommenden Phasmophobia Update, was diesen Monat erscheinen soll, wurde endlich veröffentlicht. Zuletzt gestern Abend für eine Handvoll Content Creator vorab schon zur Verfügung gestellt. Deswegen gibt es auch schon einige Videos auf YouTube dazu zu sehen. Nun aber auch für die breite Masse zugänglich. Und daher haben wir uns natürlich gleich die Gelegenheit zunutze gemacht. Und wir schauen uns das ganze Video jetzt auch nochmal zusammen an. Wir gehen auch auf die einzelnen Punkte drauf ein. Mal schauen, ob wir vielleicht noch ein bisschen closer Look auf das Ganze bekommen. Wir schauen uns mal dieses Video im Detail an. Es ist nicht sehr lange, es geht glaube ich knapp über eine Minute. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, schauen wir uns das Video einfach nochmal in voller Länge, ungeschnitten und kommentiert an. An der Stelle viel Spaß mit dem Video. Ich bin jetzt noch ein bisschen weiter. So, und das Video endet direkt mit einer richtig tollen Information. Wir wissen nun konkret, wann das Update veröffentlicht werden soll. Hier gibt es dann auch keine großen Verschiebungen mehr, hoffen wir. Denn es sind jetzt trotzdem noch einige Tage bis zum Release. Und zwar haben wir den 27. September hier angepeilt. 12 Uhr, Mitternachts, British Summertime, müsste das sein. Also sollten wir dann auch in der Nacht quasi den Release vom 27. wahrscheinlich auf dem 28. schätze ich mal. Den Release feiern, beziehungsweise uns darüber freuen können und dann auch direkt loszocken können. Und ja, eins vorweg, wir sind auf jeden Fall am Start. Deswegen schaut gerne zu dem Zeitpunkt hier bei uns auf dem Kanal rein. Könnt uns gerne kostenlos abonnieren, wenn ihr möchtet. Und wenn es euch gefällt, ihr wisst, lasst ein Like da. So, genug geschwafelt. Gucken wir uns das Update an. Und wir werden uns jetzt quasi hier einmal so von vorn nach hinten durcharbeiten. Und zwar haben wir jetzt zum einen geht es los mit Sunny Meadows Mental Institution. Also quasi das Asylum Rework. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir vielleicht sogar das alte Asylum behalten können. Nach dem, was wir jetzt in dem Video ja gesehen haben. Mit der Unterteilung in mehrere kleine Maps, in einer großen Map. Dass das Ganze jetzt doch vielleicht eher für sich steht als ein Rework zu der alten Asylum Map. Aber schauen wir mal. Ja, so, also wir haben jetzt hier einmal direkt ein paar Bilder. Wir sehen jetzt hier, ja, einen Gang. Könnte durchaus auch tatsächlich jetzt ein Rework des alten Asylums sein. Und, ja, also hier gibt es jetzt noch nicht viel zu sehen. Wir wissen ja schon vorweg durch die Informationen, die wir hatten, dass es ja hier, ja, Gänge auf den Gängen Möglichkeiten gibt, jetzt Line of Side zu brechen. Beziehungsweise das Ganze eher sogar als Hindernisparcours, ja, vorgestellt wurde. Und, ja, hier haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einen ersten Einblick, einen ersten guten Einblick, wie ich finde, in die Kapelle rein. Wir sehen hier Kreuze, ich glaube sogar, ja, ob sogar Blutmalereien, Blutgemalte Kreuze an den Wänden, Kerzenlicht. Auf jeden Fall ganz nice. Ich weiß nicht jetzt, ob dieses Kerz nicht immer brennt in dieser Kapelle oder ob man quasi selber da erst Hand anlegen muss. Müssen wir uns überraschen lassen. Gibt noch ein paar Kleinigkeiten wahrscheinlich. Da müssen wir wirklich aufs Release warten. Ich gehe aber jetzt mal davon aus, dass in dem Fall er sich hier um, ja, den beleuchteten Raum dann handelt. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus, Atmosphäre ist auf jeden Fall da und, ja, macht auf jeden Fall, da freut man sich auf mehr. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz ein Stück zurück. Ja, doch. Also die Auflösung ist natürlich jetzt nicht so gut wie das Videomaterial, was da vielleicht anderen zur Verfügung gestellt worden ist. Aber da habe ich es auch jetzt nochmal gesehen an der linken Seite. Haben wir hier, in dem Bereich hier kann man mal darauf achten, zum Beispiel umgekehrtes Kreuz, was tatsächlich blutverschmiert aussieht. Ja, solche Sachen, solche Details, ähm, definitiv lustig. Dann gibt es auch noch einen Außenbereich. So viel wussten wir ja auch schon. Ähm, ja, hier sieht man jetzt tatsächlich nicht so viel. Gibt dann, ja, wahrscheinlich, ja, Weg, außenrum ein bisschen Grünfläche wahrscheinlich. Und, ja, wie gesagt, also wir werden einen closer look dann wahrscheinlich erst am Tag des Releases bekommen. Ist aber voll okay. Warum sollen sie denn alles jetzt hier schon preisgeben? So, jetzt haben wir Sunny Meadows Restricted. Five small maps in one. Also das ist die Sache. Ähm, ich weiß noch nicht, wie das Ganze jetzt zu deuten ist. Ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass wir hier eine Möglichkeit haben zu wählen. Wir gehen jetzt hier in dieses Restricted und wählen uns jetzt die Kapelle aus oder, ne, irgendwie, keine Ahnung. Ähm, und spielen dann quasi diese Map als kleine Map. Ohne jetzt auf den ganzen großen, auf alle Bereiche Zugriff zu haben. Ähm, man sieht jetzt auch gleich, ich zeig's mal. Ja, ne, da sind dann einfach dann Türen versperrt und entsprechend, äh, ist man dann auf diesen Bereich eingeschränkt. Also, ich weiß nicht, wie es dann gelöst ist, ob man dann, ob man dann quasi die Wahl hat, dann zu sagen, okay, wir möchten jetzt hier in der Krankenstation spielen, in der Kapelle spielen oder ob das dann tatsächlich Zufall ist, wenn man quasi Restricted auswählt, dass man einen dieser Teile zufällig zugewiesen bekommt, ähm, und dann halt entsprechend auf Geisterjagd geht. Ähm, hier auch nochmal ganz, ganz schön zu sehen, also man, man hat hier schon, ähm, ja, Wert auf Detailarbeit gelegt, ne, also das flackernde Licht zum Beispiel und so Sachen. Und was man halt, was man halt auch ganz gut mitbekommt, ist, ähm, der Hall, den man da hat. Ich werde nochmal jetzt den Ton dazu schalten. Also man, man, man kennt es ja noch aus dem alten Asylum, ne, dieser, 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 dieser Hall bei den Schritten, auch wenn man gesprochen hat, war ja, war ja immer dieses, dieser Hall mit dabei, dieses Echo. Und das ist jetzt auch hier ganz gut zu hören. Na, und das macht halt trotzdem nochmal um einiges mehr Atmosphäre und, äh, auf jeden Fall wird mega interessant werden, wird mega interessant werden. Hier haben wir jetzt, äh, eine ganz düstere Szenerie, also einen Operationstisch, also das ist dann dieser, dieser Krankenabteil, Blut verschmiert natürlich wieder. Ähm, wie soll es anders sein, Licht ist sehr gedimmt, relativ, relativ dunkel mal wieder. Und, ähm, also Atmosphäre, Sunny, Medorn, mega. Richtig, richtig gut, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. So, und dann haben wir auch gleich eine weitere Neuerung, ich weiß jetzt natürlich nicht, ich kann mir vorstellen, dass wir hier auch ein bisschen, ähm, also das ist jetzt nur gemutmaßt, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt, dass jetzt neue Breaker als, ähm, äh, ja, als Ankündigungswert für ein Update haben. Ähm, wenn die jetzt nur sich vom Design her unterscheiden, ähm, und vielleicht noch einen schönen Soundeffekt dabei haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann vielleicht auch sowas wie, wie, ähm, Sicherungen gibt, die man dann vielleicht einlegen muss, ne, man kennt es zum Beispiel aus Ghost Exile, war es ja auch so der Fall. Und, ähm, ja, da muss man sich dann auch wieder überraschen lassen, ich, 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 ist jetzt nur gemutmaßt, aber jetzt nur eine Designüberarbeitung der, der, des Sicherungskastens. Naja, also, und dann kommt natürlich der, der, der Mammutteil des Updates, gut, neben der Map, beziehungsweise Maps, muss man ja schon fast sagen, ähm, der benutzerdefinierte Schwierigkeiten. Und zwar hat man hier unendlich viele Einstellungen, beziehungsweise hier sieht man erstmal eins vorweg und das ist auch sehr interessant. Und zwar sehen wir hier einmal das Witcherbrett, wir haben hier hinten die Voodoo-Puppe, müsste man gut erkennen können, wir haben natürlich den Beschwörungskreis. Und, ja, hier unten haben wir auch noch die Karten liegen, ähm, ich schätze mal die Musikbox wird da wahrscheinlich auch noch irgendwo rumfläuchen. Aber ich denke mal, das ist erstmal, äh, ein, ein, ja, kleiner Wink mit dem Zaunfall, dass wir jetzt natürlich auch bei den Map-Einstellungen dann festlegen können, wie viel verfluchte Objekte wir, äh, in einem Run zur Verfügung haben. Und je mehr, umso chaotischer natürlich, so, und jetzt haben wir natürlich, jetzt ist das passiert, was ich eigentlich nicht haben wollte, und zwar, dass wir da schon mal direkt hier, äh, erschlagen werden von Informationen. So, ich gehe jetzt mal kurz in den Zoom rein, dass wir da natürlich dann die Bilder relativ, relativ einzeln bekommen. So, und zwar haben wir jetzt hier wieder diesen, ähm, Custom Difficulty, wir haben, ähm, hier einmal die Einstellungen, die den Charakter betreffen, ne, dann haben wir die Einstellungen für den Geist und die Einstellungen für die Map, ne, wie zum Beispiel die Geschichte mit dem, äh, verfluchten Objekten. Und hier oben kann man dann auch das Ganze noch als Vorlage speichern. Zwei Custom Vorlagen haben wir, heißt, wir können uns eine machen quasi für die ultimative Herausforderung und dann vielleicht noch eine, die so ein bisschen drunter liegt oder was auch immer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was man einstellen kann. Jetzt hier sind wir im Fall der Player Einstellungen, wir können hier die Stadt Sanity auswählen. Wir können auswählen, wie viel Sanity Pillen an Sanity wiederherstellen im Prozent und wie viel Sanity wir prozentual verlieren, wenn man in der Dunkelheit steht. Das Ganze hat einen Einfluss auf unseren Belohnungsmultiplikator. Wir sehen hier auch schon mal, inwiefern sich das auswirkt dann auf die Belohnung. In dem Fall, ne, wir starten mit 75% Sanity statt 100%, heißt, wir bekommen schon mal mehr Belohnung. Genau. So. Dann gucken wir mal weiter. Ich darf bloß nicht so schnell machen. So. Dann haben wir hier, ich weiß gerade gar nicht, habe ich jetzt schon wieder zu viel übersprungen? Dann, weil hier, es gibt es sehr schnell, sehr wild durch. Ne. Das ist das nächste Bild, was wir bekommen. Also, wie viele Beweise wir bekommen können. In dem Fall ist zwei eingestellt. Das heißt dann auch wieder, wir bekommen im Vergleich wahrscheinlich zum normalen Schwierigkeitsgrad auch wieder bessere Belohnung, beziehungsweise der Multiplikator erhöht sich. Und, ähm, auch so, wir sind jetzt natürlich hier in der, nicht mehr in der Player-Einstellung, ähm, sondern in dem, in dem, für den, für den Auftrag, ne, also macht natürlich Sinn. Hier wird dann auch festgelegt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Geist Fingerabdrücke hinterlässt. Also man wird da wahrscheinlich noch viel mehr einstellen können, wie zum Beispiel auch, ähm, die Sichtbarkeit vielleicht von Geisterorps oder so, ne, das ist jetzt hier alles nicht zu sehen. Aber, wenn man hier schon so ins Detail gehen kann, schätze ich mal, da wird noch ein bisschen mehr da sein, als nur Fingerabdrücke. So, und natürlich auch, wie lange Fingerabdrücke sichtbar sind, das kann man dann in Sekunden angeben, ne, ähm, da haben wir jetzt dann, haben wir jetzt dann unendlich lange, hier tatsächlich sogar, was natürlich dann einen negativen Einfluss auf die Belohnung hat. So, dann gucken wir mal weiter, müssen wir schön langsam machen. So, da haben wir noch dasselbe. So, okay. Hier wählen wir zum Beispiel jetzt immer bei den Geistereinstellungen, kann man zum Beispiel auswählen, wie lange der Geist jagt, ähm, wie lange ein, äh, ja, Kill, beziehungsweise wenn ein Mitspieler stirbt, äh, von einem Geist, wie lange, wie lange das den Hunt verlängert, ne, dann gibt's dann, also hier heißt es jetzt nur High, Low, Medium, High, keine Ahnung, eigentlich steht's hier in Sekunden, das ist ein bisschen komisch, dass dann jetzt hier so eine Angabe gemacht wird, ähm, naja, also hier in dem Bereich, ähm, und ja, auf jeden Fall die Zeit, die dann noch obendrauf gepackt wird, obendrauf gepackt wird, wenn, wenn jetzt hier der, der Geist einen Spieler tötet, ne, wird er immer die Handphase verlängert, zumindest im Albtraumschwierigkeitsgrad. So, und dann kann man natürlich auch einstellen, wie viele Beweise ein Geist, äh, zur Verfügung stellt, auch hier jetzt in dem Fall ist jetzt die Einstellung drin, wie im Albtraumschwierigkeitsgrad, wo uns der Geist zwei Beweise gibt, ähm, auch hier gibt's dann natürlich dann eine, eine positive Entwicklung auf dem Multiplayer, also wie gesagt, man, es ist davon auszugehen, dass hier der normale Schwierigkeitsgrad die Referenz dann immer ist, auch dann mit dem Wert, der dann unten, der dann unten angegeben ist, ne, so, okay, dann gucken wir mal weiter, was wir dann noch zur Verfügung haben, darf man wieder nicht so schnell machen, so, da sind wir immer noch bei den, bei den Geisteinstellungen, oben sieht man jetzt natürlich was, ne, die Chance, dass ein Geist ein, äh, äh, oder wie hoch die Chance ist, dass der Geist ein Event triggert, na, also man kann da sehr aktive Geiste einstellen, es gibt eine Option, die dann heißt Friendly Ghost, und zwar kann man jetzt hier einstellen, ob der Geist jetzt, äh, einem freundlich gesinnt ist und dann entsprechend niemals hantet, solltet ihr das einstellen, wird das automatisch dann bedeuten, dass ihr, ja, hier steht's, ähm, Setting on will result in Zero Rewards, also dann gibt's keine Belohnung, dann wird dann da unten der Multiplayer wahrscheinlich auf Null springen, na, also dann gibt's einfach kein Cash. Die Grace Period könnt ihr einstellen, das ist quasi der Wert, die der Geist euch Zeit gibt, ähm, sobald er den Hunt stattet, in der er euch noch nicht tötet, also bewegungsunfähig ist, an der Stelle steht, nicht sichtbar ist, und das könnt ihr auch ändern, in dem Fall sind jetzt sechs Sekunden angegeben, das ist ein relativ langer Wert, ähm, man kann das Ganze dann wahrscheinlich, äh, bis auf eine Sekunde oder gar auf null Sekunden reduzieren, quasi, dass, sobald der Hunt stattet, wie bei einem Cursed Hunt zum Beispiel, ähm, dass, dass, äh, der Geist einen sofort töten kann, in dem Moment, wo der Hunt beginnt. Und dann haben wir noch die Hunt Duration, quasi könnt ihr noch einstellen, wie lange der Geist dann prinzipiell hantet, aber hier auch wieder wahrscheinlich nur Presets, Low, Medium, High, und da muss man dann einfach mal sehen, wie viele Sekunden das dann letzten Endes auch ausmacht. So, und dann gucken wir mal weiter, das scrollt ein bisschen, ihr könnt dann noch einstellen, ich gehe nochmal kurz zurück, genau, also das sind wirklich ganz grobe Einzelbilder leider nur, ähm, ihr könnt einstellen, wie oft der Geist seinen bevorzugten Raum wechselt, ne, ihr könnt, ähm, ihr könnt auch wirklich sagen, okay, nein, der bleibt in seinem, in seinem bevorzugten Raum, äh, dann ist es auch so, äh, wie oft der interagiert mit, mit Objekten außenrum, äh, also Tassen wirft und etc., erzählt euch ja nichts Neues, und, ähm, aber auch zum Beispiel, ah ja, genau, das war die Event, ähm, Häufigkeit, das sehen wir jetzt hier nochmal etwas deutlicher, auch hier wieder in, in Abschnitten Low, Medium, High, ähm, könnt ihr das dann entsprechend einstellen. So, gucken wir mal weiter, das ist sehr interessant, und zwar könnt ihr dann auch noch die prinzipielle Geschwindigkeit des Geistes einstellen, ähm, ihr seht jetzt hier haben wir 125%, 100% ist so die normale Geschwindigkeit, das stellt ihr dann prinzipiell auch für alle Geiste ein, heißt ein Geist, der schneller ist, der ist dann entsprechend dieses Wertes noch schneller, was, was zum Beispiel einen Raichu verdammt gefährlich macht, dann, ähm, ähm, aber auch einen Diogen beispielsweise, weil wenn der langsame Diogen, der einem, der einem nah dran ist, auf einmal 200% schneller ist, dann hat man mal so richtig die Popokatte gezogen und wird wahrscheinlich, oder ziemlich sicher ins Gras beißen. Also da muss man natürlich dann ein bisschen Acht drauf geben, was man da für Werte einstellt. Wenn man dann einen entsprechenden Geist hat, dann sieht es dann ein, ja, schlecht um einen aus. So, und natürlich auch, wie oft der Geist nicht seinen favorisierten Raum wechselt, sondern wie oft er prinzipiell wandert, äh, in, in, in andere, äh, Gebäude, sage ich schon in andere Räume rein, etc. Und, ähm, das kann man dann auch ein bisschen, bisschen schwieriger für einen machen, wenn der Geist dann wirklich, wirklich viel rum marschiert. Dann gucken wir mal noch weiter, das hatten wir gerade, äh, geht's jetzt wieder in die andere Richtung runter. So, da sind wir wieder bei den, bei den Player-Einstellungen, Train Sanity Speed, äh, genau, hier wird noch mal ein bisschen, ein bisschen drauf, ähm, gezeigt, ne, wenn man jetzt, wenn man jetzt hier die Stadt Sanity erhöht, geht hier von 75 auf 100%, dann reduziert sich der Multiplikator von 9,35 auf 8,85 und so weiter. So, jetzt können wir mal gucken, dass ich mich jetzt hier nicht ganz so verhaspe. So, ne, oder Sanity Pillen, äh, Wiederherstellungsrate von 20 auf 5% erhöht dann wieder entsprechend unseren Multiplikator. Was haben wir hier? Sanity Drain Speed, 1%, auch das erhöht unseren, ähm, Multiplikator, je höher natürlich, oder je mehr Sanity man verliert, umso schwieriger wird's dann. Ja, und das, das Ganze ist dann aber auch, ne, ist nicht gecappt, so kann man dann entsprechend, entsprechend einstellen. Hier sieht man noch was Interessantes, beziehungsweise man sieht's nicht korrekt, Moment, ich würde mich da mal ein Stück zur Seite nehmen, hier haben wir die Sprintgeschwindigkeit, die man dann, die man dann einstellen kann, ähm, auch, äh, eine ganz, ganz interessante Sache, ähm, beziehungsweise nicht die Geschwindigkeit, sondern überhaupt die Möglichkeit zu sprinten, I'm sorry. Also man kann hier wirklich ausstellen, wenn das, äh, sprinten funktioniert, die Funktion quasi komplett rausnehmen und auch das macht dann das Spiel natürlich schwerer und resultiert in den höheren Multiplikator. Ähm, aber auch Player Speed kann man einstellen, ne, also wenn man sich dann entsprechend langsam macht und nur noch mit 50 Prozent, ähm, ähm, äh, unterwegs ist, dann ist es halt wirklich, ne, da gibt's dann, da gibt's dann auch wirklich, ähm, 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 mehr Belohnung. So, dann haben wir die Sprintduration, kann man auch einstellen, also wie lange quasi der, der Sprint anhält, wenn man, wenn man dann wirklich, äh, sich mal dazu entscheidet, den Sprint drin zu lassen. Und hier in dem Fall hat man eine Sekunde, was halt verdammt kurz ist, es ist wirklich nur so ein kleiner Push, den man einstellen kann. Also mega interessant, wie detailliert man dann einfach seine Runden einstellen kann. Und hier auch wieder, je höher man das Ganze dann natürlich stellt, umso, ähm, äh, geringer dann die Belohnung, ne, je länger man sprinten kann. Die Recharge Time, den Cooldown für den Sprint kann man auch einstellen. Und wie schon gesagt, die Grundgeschwindigkeit der, der Spieler. Taschenlampen kann man auch prinzipiell ein- oder ausstellen, resultiert auch in entsprechend besserer Belohnung. Und, da muss man mal gucken, so. Und auch, äh, eine ganz, ganz interessante Einstellung und die ist, denke ich mal, gerade für die Leute interessant, die gerne auch mal ein bisschen was testen, ähm, beziehungsweise die vielleicht knapp bei Kasse sind, äh, kann man, kann man auch einstellen, ob man seine Items bei einem Tod verliert oder behält. Sollte man sich dafür entscheiden, die Items zu behalten, ist es tatsächlich so, dass man auch hier dann keine Belohnung für die Runde bekommt. Ne, also dann auch nicht wirklich gut, um, äh, ein bisschen Geld zu verdienen. So, damit sind wir bei den Einstellungsmöglichkeiten durch, soweit. Hier sehen wir jetzt nochmal einen Teil der neuen Map. Hier sind wir in einem Treppenhaus bei einem Hunt. Ne, und hier haben wir jetzt auch nochmal eine Hunt-Phase. Da ist jetzt die Frage, ich habe nichts Konkretes entdecken können, was da vielleicht interessant wäre. Ich mache jetzt auch nochmal den Ton an, weil eventuell ist es ein neuer Hunt-Sound. Bin mir da nicht sicher. Man hört es auch nur ganz schlecht. Aber, also es ist auch kein neues Geister-Modell. Wir sind hier im Willow-Street-House. Na, das ist, das ist der Kollege da mit dem zermatschten Gesicht. Ich sehe jetzt hier gerade nichts, was da vielleicht interessant sein könnte. Tatsächlich. Ne. Gar nichts. Na, also, ich weiß nicht. Vielleicht ist da noch irgendwo ein Secret drin. Keine Ahnung. So, und dann gibt es eine neue Map. Und zwar Camp Woodwind. Oder Woodwind ist eine Variante des Campsites in Klein. Die Leute, die gerne mal Campsites spielen, aber die Map zu groß ist, gibt es jetzt die Möglichkeit, entsprechend auf eine kleine Variante davon. Ganz schön, ist schon ziemlich schön gestaltet. Man hat auch hier wieder ein Lagerfeuer, wieder dieses Zelt, dieses, ne. Hier sieht man gleich, also es sieht so aus, als hätten wir hier Versteckmöglichkeiten. Zelte, schöne Beleuchtung. Ne. Da hinten ist noch ein kleines Zelt, was man sehen kann. Und, ja, da muss man dann mal sehen, ne, also, inwieweit man da vielleicht noch Versteckmöglichkeiten hat. Weil Campsite an sich hat tatsächlich nicht unbedingt, äh, ja, die Hülle an, an, an Versteckmöglichkeiten. So. Ja, okay. Gut, da haben wir noch ein, noch ein Teil der neuen Map des Campsites. Ähm, ja, also da, da muss man einfach dann schauen, wenn, wenn, wenn das Update rauskommt. Ich denke mal, die Map wird sehr gut ankommen. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Neues Mainmenü. Ist ein Punkt, hat man auch schon besprochen, dieses, ähm, äh, Korkbrett. Dann haben wir einen neuen Lobbyraum. Also hier ist es nicht wirklich nur eine Überarbeitung, sondern es heißt hier wirklich ein komplett neuer Raum. Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Da gibt es noch keine Bilder dazu. Ein neuer Shop. Das ist die Sache wahrscheinlich auch mit den Presets, die man da kaufen kann, etc. Ähm, hat man auch besprochen. Wird, denke ich mal, auch ganz interessant sein. Equipment Loadouts. Na, also auch wenn man dann neben den, neben den, ähm, äh, Kauf-Einstellungen, die man da machen kann, kann man natürlich auch festlegen, wie viele Sachen man prinzipiell in eine Runde reinpacken möchte. Auch das, äh, ist, äh, ist in dem Update berücksichtigt. Überarbeitungen des Geistes, ähm, oder der Geister. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit da, oder was da auf uns jetzt zukommen könnte. Vielleicht, dass zum Beispiel ein Goryo öfters mal sich im Dots zeigt, oder, ne, ich hab keine Ahnung was. Da müsste man dann wirklich die detaillierten Patchnodes abwarten. ID-Cards ist eine Vorbereitung auf das Progression-Update, was ja, was ja kommen soll. Na, da hat jeder jetzt quasi seine, seine Identifikations-Card. Und jetzt muss ich auch mal wieder in den langsamen Modus rein wechseln, weil jetzt natürlich die Features, die dann eingeblendet werden, etwas schneller verschwinden. Und hier heißt es jetzt Collectibles, also sammelbare Gegenstände. Inwieweit sich das äußert, ich hab, kann's mir jetzt gerade, ja, gut, man kann sich ein paar Gedanken drüber machen. Also zum Beispiel, ne, dass es dann vielleicht auch Achievements schon gibt. Ähm, ähm, welche mit einem anderen Punkt, der gleich noch kommt, mal in Verbindung gebracht wurden. Ähm, also auf jeden Fall sammelbare Gegenstände. Oder auch dann später, ne, dass man damit dann, ähm, äh, Sachen freischaltet, wie zum Beispiel Frisuren oder einen Hut oder, ne, irgendwelche solche Sachen. Dann gucken wir mal weiter, was haben wir als nächstes. Das Report-System. Auch ein wichtiger Punkt für Leute, die halt, ähm, äh, viel im Public-Lobby spielen. Klar, logisch, äh, ist es doch oftmals so, dass es da sehr toxische Spieler gibt, die dann entsprechend rausgenommen werden. Und hier ist nochmal der Punkt mit dem Sicherungskasten. Neue, neuer Sicherungskasten. Ähm, ob damit jetzt wirklich nur die Optik gemeint ist, ich kann's euch ehrlich gesagt nicht sagen. Und da sind wir schon bei den Player-Stats, gerade in Verbindung mit den Collectibles, mit den sammelbaren Gegenständen, äh, war, war zumindest mal ursprünglich angedacht, dass es dann auch Steam-Achievements geben soll. Ist jetzt nur eine Mutmaßung, ich gehe jetzt mal noch nicht davon aus, aber vielleicht noch schon mal eine Vorbereitung. Auf jeden Fall könnt ihr dann sehen, in den Player-Stats, wie oft seid ihr gestorben, wie viele Runden habt ihr gespielt, wie viele Runden habt ihr erfolgreich gespielt, wie viele Zusatzaufgaben habt ihr erledigt, wie viele Meter seid ihr im Haus zurück, äh, habt ihr zurückgelegt, wie lange wart ihr im Dunkeln, ne. Also es gibt ja schon mal ein grobes, grobes Runden, ähm, ähm, eine Runden-Statistik und jetzt gibt's das Ganze halt für den Spieler selber auch noch. Und, ähm, ja, wir machen dann einen kleinen Wettstreit, wer von euch am meisten gestorben ist, gibt's dann das kleine Krönchen. So, was haben wir als nächstes noch? New Interactables, also Möglichkeiten, Möglichkeiten, ähm, ja, mit dem, mit dem Spiel, mit der Umgebung zu interagieren. Da hat man ja zum Beispiel Tassen, Messer, keine Ahnung was. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, was da vielleicht noch mit dazukommen soll. Habt ihr Ideen? Schreibt's gerne in die Kommentare rein. Ich hab mir jetzt keinen Reim draufbilden können. Ähm, neue Sounds, immer gut. Bringt wesentlich mehr oftmals als neues Geistermodel, weil, ähm, den Geist sieht man dann eh immer ganz kurz, aber neue Sounds, die haben ganz anderen Impact als, äh, dann wie zum Beispiel ein anderes Geistermodel. Und, ähm, and much more. Da ist es noch, also da kommt auf jeden Fall noch was. Und, natürlich haben wir dann hier den Arbeitstitel, beziehungsweise den Update-Titel, den wir vorhin am Anfang schon gesehen haben. Wasmophobia Apocalypse. Und, wie gesagt, das Update kommt am 27., mein Gedächtnis, ja, am 27. September, äh, gegen Mitternacht, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig deute, British Summertime raus. Also, ähm, da dürfen wir uns freuen. Wir sind auf jeden Fall für euch da mit am Start. Wie gesagt, äh, könnt gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Und, das war's mit dem Video. Ihr könnt ja mal gerne eure Eindrücke, eure Ideen, eure, eure Wünsche, eure größten Befürchtungen, keine Ahnung was, gerne in die Kommentare schreiben. Wir gucken uns das auch gerne an. Äh, sind auch immer sehr interessiert dran. Und, ja, ich würde sagen, das war jetzt schon mit fast eines der längsten Videos zu den Updates, zumindest, ähm, äh, was ich jetzt so mitbekommen habe. Es tut mir leid, Leute, aber ihr wisst, ich quatsch gerne und manchmal dauert es halt ein bisschen länger. In dem Fall auch diesmal an Cut, äh, beziehungsweise nur ein kleiner Cut, weil Umgebungslautstärke plötzlich sehr hoch wurde. Naja, man kennt's. Also, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich würde mich freuen, ähm, wenn ihr, äh, gerne öfters mal vorbeischaut. Wir machen viel Fass, wo wir ja konnten, könnt ihr deshalb gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über den Like. Und, äh, ja, wir bleiben bis dahin. In voller Vorfreude auf das, äh, große Update Ende September. In dem Sinne, ja, noch frohe Geisterjagd. Bis dahin, haut rein und bye bye.